Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video und zur Zeit bei etwas anderem Video auf diesem Kanal, denn das habe ich noch nie auf diesen Kanal gebracht. Und zwar habe ich das allererste Q&A von mir rausgesucht. Zumindest glaube ich, dass es das allererste ist. Ich habe kein älteres gefunden und das ist auf jeden Fall von 2016. Da bin ich auch 16 Jahre alt gewesen und ich habe vor, in diesem Video, die Fragen von damals nochmals zu beantworten. Bloß ich beantworte jetzt eher als mein altes ich und ich bin gespannt, was ich damals darauf geantwortet habe. Ich sehe einfach so, das Video hat 1850 Likes, Alter und 95 Dislikes. Also starke Leistung. Also Leute, wenn ihr gerade schon zuguckt, könnt ihr ja gerne den Like da lassen, weil ich habe echt keinen Plan, weil ich das letzte Mal so eine hohe Likeanzahl hatte bei einem Video. Der Titel ist auf jeden Fall schon ganz viel Versprechen, Internet und Fernbeziehung, Roomtour. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Video, wenn ihr wollt, dass ich sowas mal öfters mache, auf alte Videos reagieren und vielleicht auch auf Q&As dann mit zu beantworten, mit beantworten soll. Ach, keine Ahnung, man. Dann schreibt es auch wie bei in die Kommentare. Wir fangen jetzt an. Okay. Ich wusste nicht mal, dass ich das Intro damals schon hatte. Ich dachte, das wäre noch so recht neu gewesen, aber krass. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ach du Scheiße. Ich hatte da meine ganz alte Kamera, meine Spiegelreflexkamera. Ich glaube die Nikon D3200. Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte kein Bildschirm, wo ich mich selbst drauf hätte sehen können. Das hat mich immer so gestört und mein Mikro hat immer so gerauscht, aber okay, machen wir weiter. Willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem neuen Hashtag AskZa. Oh Gott, dieser Name, der hat mich so abgefuckt. Hashtag AskZa. Das ist so, da hat man so einen Stopper drin. Das ist voll der scheiß Name, man. Auf jeden Fall konntet ihr mir auf Twitter ein paar Fragen stellen mit dem Hashtag AskZa und dann würde ich sagen, wir wollen mit der ersten Frage los. Und zwar kommt die erste Frage von Luisa. Was ist deine Lieblingsstadt? Okay, was ist deine Lieblingsstadt? Perfekt im besten Moment gestoppt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Luisa ist, die ich kenne. Falls ja, dann liebe Grüße an dich. Ähm, ja, meine Lieblingsstadt ist Köln. Ich denke mal, das war damals auch schon die Antwort, weil sich das eigentlich nicht wirklich geändert hat. Und meine Lieblingsstadt ist Köln. Ich weiß nicht mal, Köln einfach generell. Und ich denke, dass auch so die Gamescom noch mal verstärkt wird, wenn ich Köln so gerne habe und wenn man da jetzt die ganzen Leute sieht und dann sowieso so positiv über Köln denkt. Deshalb, ja, ist Köln auf jeden Fall. Und jetzt Leute, falls ihr das nachvollziehen könnt, falls ihr auch, wenn man schon so in Köln ankommt, Gamescom, direkt so richtig cool und dann schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr dieses Gefühl kennt. Ich bin immer, aber ich in Köln ankomme, direkt so Level 100 von der Glücklichkeit her einfach. Meine Lieblingsstadt. Dann die nächste Frage. Wirst du oft in der Schule erkannt? Wenn ja, wie gehst du damit um? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste das noch niemand aus dem Real Life bei mir, dass ich YouTube mache. Von der alten Schule kam das dann ja irgendwann raus. Und ich weiß, noch einmal auf dem Weihnachtsbazar kam auch jemand bei mir an. Wollte mit mir ein Bild machen. Liebe Grüße auf jeden Fall an dich. Und ja, bei der neuen Schule. Das Ding ist, irgendwann hat man so dieses Gefühl, wenn Leute einen angucken, so einfach so ohne irgendwelche Gedanken, aber wenn Leute einen angucken, weil die einen von YouTube kennen oder so. Und ich mag das überhaupt nicht. Aber ja, muss man halt mit rechnen, wenn man YouTube macht. Was heißt erkannt werden? Ich wohne sowieso im Dorf, da kennt jeder jeden. Einige kennen mich halt echt nur durch YouTube, bla bla, aber schwierig. Und zwar die Leute, die mich aktiv verfolgen, wissen ja, dass niemand bei mir in der Schule weiß, dass ich YouTube mache. Ihr müsst wissen, nicht mal meine Eltern wussten damals, dass ich YouTube gemacht habe. Also, es kam irgendwann raus. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Aber meine Eltern haben es dann auch erst später von anderen Eltern erfahren. Ja, ich hatte mal Gründe. Ich habe kein Schlecht umgehen, wenn mich niemand drauf an. Wobei ich sagen muss, dass... Ich habe einfach voll oft zu früh gecuttet. WTF. Es kann richtig oft vorkommen, dass Leute aus meiner Stadt immer so mich anschreiben und so sagen, ja, hey, bist du nicht die und die? Und dann, ja, merke ich so, ja, okay, die wissen Bescheid, aber die meisten sind dann so nett und schreiben auch direkt so dazu, ja, ich sage doch auch nicht weiter. Und bis jetzt hat es auch noch niemand weitergesagt. Und deshalb bin ich denen echt extrem dankbar. Also, ja, auf jeden Fall danke an die Leute, die das nicht weitersagen sollen. Das war so ein Struggle, ne? Wenn man YouTube geheim hält und dann schreiben einen Leute aus der Stadt an und du denkst so, scheiße, bitte lass es nicht rauskommen. Ich weiß nicht, ich habe sowieso eine Person, die nicht wirklich so beef mit jemanden hat. Und ich glaube, das ist echt schon mal so ein Vorteil, weil wenn das... Irgendwann noch so? ...feind, sage ich jetzt mal, also eine Person, die eigentlich Marc rausbekommt, dann wäre ich gar ein bisschen gearscht. Aber eigentlich bist du eine Person, die sich mit jedem eigentlich gut versteht. Dann die nächste Frage von Firo, Fairo, ich habe keine Ahnung, ich will richtig bad im Namen aussprechen. Also, sorry dafür. Ich denk doch, meine Eltern kommen wieder, beziehungsweise mein Vater. Auf jeden Fall, sagst du die Frage, was sagst du zu Internet beziehungsweise Fernbeziehungen? Okay, so. Das ist schon mal ein sehr riskantes Thema, weil irgendwie sich die Meinungen da ziemlich spalten. Also, Internetbeziehungen ist für mich einfach, wenn man sich echt nur übers Internet kennt, sich nie sieht. Halt, ohne sich jemals wirklich getroffen zu haben. Das ist für mich eine Internetbeziehung, wäre auf jeden Fall nichts für mich. Und ich finde das auch immer kritisch, weil viele Leute im Internet dann anders sind als im Real Life. Aber generell merkt man das auch öfters mal, dass man zum Beispiel mit einem Schreiben, also wenn man mit einer Person schreibt, sich richtig gut versteht. Aber wenn man sich dann trifft, das ist dann doch nicht so gut harmoniert. Also, ich finde es immer ein bisschen kritisch. Fernbeziehung, eigentlich hatte ich mit dem Thema auch abgeschlossen. Aber ja, dann kam Luca so in meinem Leben und irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde halt, wenn man sich aktiv sieht, alle immer so Fernbeziehungen... Mich nervt es auch so, dass alle denken, man sieht sich höchstens einmal im Monat. Luca und ich sehen es jedes Wochenende, was echt nicht selbstverständlich ist. Ich bin auch sehr froh drum, dass es so easy bei uns klappt, weil es kostet echt viel Zeit und auch Geld. Aber ich finde, ich weiß nicht, wenn ich weiß, wenn ich halt weiß, dass aus dieser Fernbeziehung so schnell wie möglich eine normale Beziehung wird, dass man halt zueinander zieht, finde ich es in Ordnung. Ich kann jetzt nicht für drei Jahre eine Fernbeziehung führen, aber da ist auch jeder anders. Aber mein Gott, ich verstehe nicht, warum Leute sich jetzt darüber aufregen, weil sie sagen, es ist nichts für sie, es ist in Ordnung. Aber dann andere Leute dafür irgendwie dumm anzumachen, finde ich immer ein bisschen traurig. Könnt mir ja mal eure Meinung zu Fernbeziehungen in die Kommentare schreiben. Und zwar hatte ich ja selber mal eine Fernbeziehung mit Marcel und das Ding ist halt... Ich weiß gar nicht, wisst ihr überhaupt, wer Marcel ist? Das war ja auch ein bestimmter YouTuber. Den kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Ich finde, wenn die Internetbeziehung zu einer Fernbeziehung geht, finde ich das halt in Ordnung, weil ich weiß nicht, ich finde das halt doof, wenn man sich nicht sieht oder so. Und ich kann zum Beispiel auch nicht mit einer Person wirklich so zusammen sein, die ich noch nie gesehen habe, weil in Real Life sowieso noch mal jeder anders. Alter! Und ich finde das richtig komisch, wenn man sich nie sieht, aber dann zusammen ist und ja. Also wenn man sich sieht, finde ich das völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, das ist halt schwer, eine Fernbeziehung, wenn man sich so oft nicht sehen kann. Weil man sich halt so sehr... Irgendwie labere ich da. Ja, aber das Ding ist, als ich mit Marcel zusammen war, haben wir uns jetzt auch nicht so oft gesehen, wie ich mich mit Luca treffe. Da haben wir uns so höchstens einmal im Monat gesehen. Deswegen ist es auch gescheitert und aus anderen Gründen. Das ist auch nicht für mich so, weil man sich echt so selten sieht, weil ich... Keine Ahnung. Ich finde schon so eine Woche ohne Luca schon schwer auszuhalten. Und das muss halt jeder für sich wissen, weil es ist halt nicht für jeden etwas. Und ja, auf jeden Fall ist das meine Meinung dazu. Sorry. Muss halt jeder im Endeffekt selbst wissen. Aber ich finde es besser, wenn man sich deswegen schon mal gesehen hat oder sich regelmäßig sehen könnte. Dann fragt Dave, was hältst du von YouTube heutzutage? Hattest du schon mal überlegt, auf zum Beispiel Twitch zu wechseln oder sogar zu gucken? Okay, ganz viele Fragen auf einmal. Was hältst du von YouTube heutzutage? Ich finde halt mit meinem Content, was ich halt bringe, ist YouTube echt schwierig. Weil Minecraft ist mittlerweile out. Keine Ahnung, manchmal ist es wieder so Phasen, wo es wieder beliebter wird. Es gibt halt so viele Minecraft YouTuber mittlerweile, dass man da einfach nicht mehr heraussticht aus dieser Masse. Ähm, was kann ich noch sagen? Ja, zu dem Zeitpunkt war es ja auch, glaube ich, noch so, dass ich voll den Mädchenbonus hatte. Da habe ich ja gefehlt jede Woche im Video hochgeladen. 2000 Abonnenten, 3000 Abonnenten, 4000 Abonnenten. Jetzt hänge ich keine Ahnung, wie lange schon bei den 44.000 Abonnenten. Weil das hat sich schon geändert. Jetzt so auf meinen Kanal bezogen. YouTube-technisch generell weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. So im Gesamten hat sich da nicht viel geändert. Es gab immer schon ein paar schwarze Schafe in der YouTube-Szene. Aber, und auch schon mal überlegt habe zu quitten. Das kam auch schon des Öfteren vor. Ähm, ja, weil man einfach keine Motivation hat und ich weiß, was man noch mit seinem Kanal anfangen soll. Und ob das denn das Richtige ist. Und auf zwei Videos bringt es ja auch nicht das Wahre. Aber jetzt gerade habe ich Motivation, deswegen kommt ja auch dieses Video. Also YouTube, ja, weiß halt jeder. Das ist halt momentan ein bisschen doof und so. Und das ist halt so rumbugt. Ist ein bisschen schade und nervig. Ich weiß gar nicht mehr, was hat denn damals an YouTube rumgebugt? Ich habe gar keinen Plan mehr. Kann man jetzt auch nicht wirklich was dran ändern. Außer YouTube selbst halt. Und ja, ob ich schon mal überlegt hatte, auf Twitch zu wechseln. Also jetzt wechseln nicht direkt, aber ich wollte halt mal gerne streamen. Aber wegen meiner Leitung ist das halt nicht möglich. Und ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Was ich auch schon öfters euch erzählt hatte. Stimmt. Ich pausiere die ganze Zeit. Es tut mir leid. Damals hatte ich noch eine 6K-Leitung. Jetzt habe ich eine 100K-Leitung. Das ist schon ein dezenter Unterschied. Weil ich auch immer so gerne streamen. Ich glaube auch, streamen wäre für meinen Kanal damals so zum Vorteil gewesen. Dann wird das glaube ich auch nochmal anders aussehen. Aber ich hatte damals nicht diese Möglichkeit. Und dann noch, ja, oder sogar zu quitten. Ich denke, das hat ja auch schon jeder richtig oft, dass man einfach keine Lust mehr auf uns hat. Und dass ich halt irgendwie so überlegt hatte zu quitten. Oder generell einfach zu quitten. Und manchmal hat es auch bei mir sogar so Gründe, warum ich hatte gequittet. Aber ich habe mich dann doch umentschieden. Und yes. Pizza oder... Dönerpizza Hollandaise. Easy. Ich liebe Dönerpizza Hollandaise. Und jetzt bei mir gibt es die beste. Nee. Es ist einfach geil. Alle immer so. Es ist voll eklig. Dachte ich anfangs auch, ich mag fast gar nichts. Es ist recht so spezielle Sachen wie das zum Beispiel. Ja. Dönerpizza Hollandaise ist schon geil. Döner. Hier, der mich kennt, weiß auf jeden Fall. Döner. Nee, Spaß. Pizza auf jeden Fall. Dann, Robert, wie alt bist du und wann hast du Geburtstag? Ich bin jetzt 19 Jahre alt. Ich musste gerade kurz überlegen. WTF. Und ich habe am 23. Dezember Geburtstag. Und ich finde 19 ist so eine hässliche Zahl. Ich hatte am 23. Dezember Geburtstag und ich bin 16 geworden. Und die letzte Frage kommt von Max. Bin ich krass? Krass. Also, oh mein Gott. Max kenne ich immer noch. Also, ja du bist immer noch krass. Ich glaube zwar nicht, dass du dieses Video jemals sehen wirst, aber ich finde es gerade lustig, dass die Frage hier drin ist und die von dir ist. Natürlich bist du krass. Auf jeden Fall, Leute, war es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht schaffen wir 369 Likes. Die 69, Mensch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Leute. Also, das war so meine kleine Reaktion auf ein Q&A. Auf ein altes. Irgendwie voll komisch, sich das anzusehen. Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch generell so die Antworten. Falls du auf jeden Fall sowas öfters sehen wollt, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Vielleicht ihr ja auch. Und ja, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Kommentar oder mit einem Like. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Und dann würde ich sagen, was ist denn mit dem Video? Falls ihr meinen Jahresrückblick noch nicht gesehen habt, ich habe mir da echt sehr viel Mühe übergegeben. Ich saß da stundenlang dran. Und ja, wie gesagt, ich erzähle da über meinen Ex, über alles Mögliche. Würde ich mich freuen, falls ihr das noch nachholen würdet. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal hat er rein. Tschau! Oh, lost it, baby, beyond it. I can't see you faded, I don't like to fake it. Bis zum nächsten Mal.